So, willkommen zurück bei Fragmented. In der letzten Folge wollten wir auf unserer tollen Plattform das zweistöckige Gebäude aufstellen. Und ich hoffe ihr seid genauso gespannt wie ich, denn ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie man früher sagte. Junge, Junge, da ist eine Treppe drin. Der Haupteingang ist da vorne. Okay. Oh Mann, ich bin gespannt wie sonst noch was. Ich will jetzt hoch, ich will der Ding da setzen. Oh yeah. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Erliebt zu mir. Lass dich doch halbwegs in die richtige Richtung platzieren, bitte. Junge. Ja. Oh Gott, sollen wir erst mal reingehen? Nee, das war nicht richtig. Müssen wir erst mal die Waffe ablegen. Das geht so nicht. Muss richtig aussehen. Warum ist denn der Quark wieder nicht gesteckt? So. Waffe weg. So, schauen wir die UI aus und dann kann man... Boah. Das ist schon mal richtig nice. Ich finde, das ist so Raumschiff-Feeling. Gefällt mir sehr gut. Kannst du hier hoch? Halten. Oh ja. Hier schlaft es mal auf. Jedenfalls schlaft es mal bei dem Ausblick. Wer will da nicht die Zweisamkeit genießen? Nice. Okay. Dann... Dann... Müssen wir das Ding nur noch vernünftig platzieren. Das wird wieder so eine Scroll-Aufgabe vom Feinsten. Ja, nicht wieder abreißen. Ist schon klar. Oh Mann. Äh... Nee, nee, nee. Rotier mal so. Apply. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen rotieren. So. Apply. Und ein bisschen zurück. So. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt muss man noch einen Kilometer nach hinten. Anlang der grünen. Und dann anlang der roten. Ja, das ist Crawl-Arbeit vom Feinsten. Dillillillillill. Grüne Mausrad am Drehen. Naja. Dumm-tum-tum-tum-tum-tum-tum. So. Komm, komm. Da geht noch was. Komm. Naja, nicht mehr viel. Ein bisschen noch. Noch ein bisschen. So. Und dann am... Entlang der roten Linie. So. Danke. Komm, 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 komm. Damit da noch ein bisschen was anderes draufpasst auf die Plattform. Ja. Oh, ja, 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 ja. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Ja, nun kommen wir von hier aus jetzt nicht mehr drauf, aber... Hm. Hm. Ja. Gewollt. Nicht gewollt. Ich weiß nicht. Sollen wir es doch noch drehen? Den Eingang von der anderen Seite haben? Ach, das ist genial, ey. Ich würde jetzt nur gerne wissen, was mit dem Kuppelbau ist, den wir mal gebaut hatten. Damit Gebäude verbinden. Gute Frage. Können wir den mal holen? Ja. Machen wir mal die UI wieder an. So. Könnten wir es futtern? Oh. Noch eine Mahlzeit. Eingehen wir mal googeln. Boah. Echt schwierig. Ne, ich glaube, ich belasse es bei der Rampe. So. Da. Technology. Die hat mir doch irgendwo den Kuppelbau. Da ist er doch. Ja, ist ja gut. Ich habe es langsam begriffen. Erst Inventar und dann Slot. Gut, gut. Wupp. Boing. Befehlend für sechs Schaden. Mhm. Ich kaufe ein E. What the fuck? Ich weiß nicht, ob ich da hier draußen bleiben möchte. Es wird immer lauter. Ja, jetzt mach nicht schlapp. Ich will noch ganz schnell in die... Puh. So. Ich kann das Ding hier hinsetzen. Kann man das auch am Boden setzen? Wahrscheinlich wieder, wenn er eben ist, ne? Kann man dem Ding nicht einordnen. Für mich ist das so ein Tunnel, ein Durchgang. Nichts anderes. Wisse das? Oh Mann. Das ist aber auch nicht... ...würfen Sinn hätte. Oh. Hm. Wie heißt das Ding? Sie können dies verwenden, um einen Metallkuppelbau herzustellen. Hm. Ich weiß es nicht. Naja. Aller Anfang ist schwer. Also müssen wir es ja auch mal ausprobieren. Richtig. Richtig. So. Hm. Wupp. Ja, oh ich sag, das ist so eine Art Durchgang. Okay. Dann würde ich den jetzt gerne... Plumps und Rums. Gewölbtes. Du beide. Äh. Wo sind die Türen? Ich meine, ich würde das als Tunnel-Durchgang benutzen, als Eingang, wie auch immer. Ip. 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 Okay, also den ziehe ich jetzt weiter hier hoch. Oh Mann. Adjust Location. Ich würde es gerne komplett aufheben. Das wäre schon... ...ne richtig coole Aktion. So erstmal in die richtige Richtung drehen. Soll später an der Stelle vom Haus stehen. Aber dann... Aber dann... Ip. Äh, ne. Das machen wir irgendwann mal. So. Okay, also da könnte man sich jetzt hier so... F. Hm. Naja. Bis jetzt, ich würde mal damit so... Jetzt sag mir nicht. Nee, die kann man bestimmt nicht stapeln. Das ist auf jeden Fall die coolste Hürde hier. Aber richtig cool. Mann, ist das geil. Ja, ja. Ich bin hier erstmal so halbsicher. Äh, nee. Inventar. Bau. Große Kiste. Großes Gebäude. Mhm, 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 mhm. Große Garage, Wasserturm. Geschützturm, Kühlschrank. Kauf ich für neun. Ich hab 19. Ich könnte... ...einen noch kaufen. Äh, Gewehr, Kraftstoffcontainer. Tool. Stapik. Mh, gekocht. Das ist hier alles Essen. Nachtsichtpille. Half Level. Stoff mit der Stopphose. Kann ich für einkaufen. Okay. Ähm. So. Jetzt kann ich ne große Kiste. Äh, große Gebäude. Oh, großes Gebäude. Hm. Große Kiste ist mir erstmal Klebschaft 10. Ich krieg da noch einen an der... Stoffhose. Craft. Stoffmütze. Craft. Trägt mal anziehen den Quark hier. Zack. Letztesach nicht, ich hatte schon ne Stoffmütze. Rüstung 4. Rüstung 4. Back. So, jetzt trag ich schon mal ne Hose. Mal ganz so... Naggelig. Was auch Platz hier drin, wa? Wenn man so den Schar anguckt. Junge, Junge. So, die Frage ist jetzt... Großes Gebäude. Ja, klar. Gebäude mit Fenstern. Transferiere ich jetzt? Ja, wir bauen jetzt um. Große Umbauaktion. Ja. Das machen wir. So, du. Zack, zack. Jetzt hier knallhart. Moment. Hier die große Kiste kann. Große Kiste. Mit Klebstoff. So, jetzt räumen wir komplett aus. Einmal großer Umzug. Einmal großer Umzug. Das hier ist das Gästehaus. Echt? Ne, ja, ist man... Doch, warte mal. Ich nehm dich mit. Zack. Move. Man, da ist ein Akt, damals das Bett zu kriegen, ne? Da. So. Beschmiede? Move. Move, move, move. Umzug ist Umzug. Da hin. Moment mal. Auch wenn ist das da rum. Ja, ist ja schon gut. Okay. Ich wollte dich bewegen. Aufheben. Kleine Kiste. Was? Äh, move. Kleine Kiste, meinetwegen. Zack. Äh, move. Ja, immer schön geschmeidig. So, wo ist meine Manjaro-Box? Move. Boom. Ja, also, ne? Also in der Zukunft die Türen taugen aber auch nichts. Genau wie die heutigen Türen. Nee, nee, nee. Move. Auf. So. Yes. Okay, das Ding ist leer. Ja, äh, das Ding hier ist auch... Äh, nein, das ist noch nicht leer. Äh, abreißen. Nein, 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 das wird mal ganz locker hier. Sehen da. So, hopp. Ja, ja, komm, ich will es ja sehen. So. Typischer lichter Umzug. Mhm. 6 Zement, 30 Eisen. Können wir jetzt die große Kiste? Komm schon. Große Kiste. Ich habe einen und brauche zehn. Alles klärchen. Wollen wir noch diskutieren? Nö, ne? Move. Boop. Ja, stimmt. Ja, in den Gebäuden steckt ja kein Klebstoff, ne? So. Da muss ich nicht immer außen rumlaufen. Haben wir jetzt in einem Zug. Hopp. Dann reißen wir auch den Rest der Holzbasis weg. Na ja. Äh, move. Was? Hab ich sie? Ja. Okay. Dip, 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 dip. Ja, du bist schon wieder außer Atem. Ist ja gut. Hab's ja verstanden. Du bist überhaupt kein Stück sportlich. Na. Komm schon. So. So. Hm, 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 hm. So. Ja, ist ja gut. Ich mache schon was langsamer. So. Move. Tap. So. Ich bringe den Quark an oder rüber. Sim, sim, sim. Dim, 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 dim. Ja, komm. Stell dir da hin, danke. Ey. Wo mir noch mein Sohle. Ich begehe hier keinen Fehler. Ganz im Ernst. Ich bin erschöpft. Ah. Ich darf nur nichts vergessen. Äh. Eißen Schließfach. Ep. Ep. Mal so. Oh, die kann man auch im Boden planschen. Interessant. Ep. so ein riesen vorteil dass ich die kisten gefüllt transportieren kann jedes mal leer machen musste das ist jetzt noch über auch echt jetzt ich weiß dass ich das bett hier kann ich nicht hier auf die botanik stellen interessant bei der meinung es ging aber eine reichweite lange nacht ist angebrochen wieder mit essen das gefühl fleisch ist nicht so effektiv haben kein sie vielen für praktisch plötzlich sehe ich auf die entfernung doch man klingt wirklich mehr wenn wir da zwar nicht sicher war hört sich echt so an das klingt immer näher das wäre jetzt der knaller ich weiß fast nichts über das spiel jetzt kann es von einer anderen stelle dann liebsten meine hütte zurückziehen ich habe jetzt keine zeit was sagt unser inventory ist noch platz okay dann machen wir jetzt abräusseln denn nach möglichkeit nichts außer fuhrspuren hinterlassen weil ich scroll die nicht bis sie da drüben angekommen sind die dinge also welcher und schiss ist nur alles hier haben ich bin erschöpft ja nee ist klar den ganzen quark kommt jetzt rein mit dem gern das bett kommt natürlich nach oben alles andere hätte ich doch ehrlich gesagt gerne unten das ist einmal rotieren so und zurück ups dann nach möglichkeit zu dichtern jemand wie die geht richtig ja noch nach warum eigentlich bitte perfekt gefällt mir so was auch immer das ist ein krankes bett und der rest kommt unten rein mal auf der türchen so ist brav na so ähm bumm eine rotation padamp los 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 da geht noch was so 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 ein bisschen das war schon zu weit so jetzt nach hin dann entlang der roten achse so wie jetzt aha okay jetzt hätte ich gerne versucht aber so wieder stehen so soll da stehen so hm hmm move so so zack die wird jetzt noch kurz rotiert aber schon richtig so dann darüber na bin ich mit einverstanden so hopp so hopp ähm 90 wird dann kommt dann noch eine sicherheitsabfrage so scrolls 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 so Kann man so lassen. Oh man. Ein Jahre Futterbox. So. Hopp. Hm. Wollt nicht. So. Hopp. Ja, ja komm. Dann stellen wir dich auch längst lang. Das ist ein Döderle. Keines Ding du. Na. Grüne Achse. Grüne Achse. Grüne Achse. Hopp. Reich. 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 So. Dann haben wir jetzt nur noch den Mörser und Stößel. Den müssen wir nicht mehr anpassen. Sum Sum. Aha. Der passt diesmal also nicht mehr dahin. Okay. Tack. So. Mö fährt. Mö. Oh. Komisches Viech. Da. Den Quark mal dann auch hier hin. Und. Nur damit es auch stimmig ist. So. Gut. Hopp. 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 Da haben wir Haierbettchen. Schönen. Schönen, schön. Okay. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. So. Jawohl. Ja. Okay. Was können wir denn jetzt noch schönes craften? Verbauen. Ja. Ich könnte noch ein großes Gebäude machen. Muss nicht sein. Ein Technologie-Shop. Oh. Schiebedach-Gebäude. Hm. 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 Mittleres Gebäude. Versorgungsstation. War auch noch nicht gebaut. Brauchen wir. Was auch immer das ist. So. Versorgungsstation. Check-in. 6, 8 Uhr. Grüne Quark. Also es ist schon mal nichts für innen, eine Gebäude. Das muss irgendwie nach draußen. Das ist schon wieder so ein Durchlad-Schacht. Riecht doch richtig, oder? Wobei, warte mal. Das hat nur eine Öffnung, ne? Äh. Ja. Ja, okay. Äh. Ja, ich würde dich aber auf jeden Fall... Ja, dann halt nicht dahin, dann... Irgendwie hier so. Wo ist denn die Rampe? Du sollst schon nicht die Rampe verdecken, Kollege. Hm. Ne. Ich finde, ich hätte nur eine Möglichkeit, nur noch... So. F. Äh. Ne. Jawohl. Summ, summ, summ. Wenn wir der Teil kann. Oder nicht kann. Hm. Dreh dich doch endlich. Und jetzt. Hm. Jetzt kaputt. Ah. Trotzdem jetzt gerne noch... Jawohl. Einverstanden. Wie sieht es hier hinten aus? Ich muss dich noch ein bisschen nach hinten bewegen. Und entlang der... roten Achse. Äh. So. Rote Achse. So. Ein Stück entlang der Grünen. Zurück. Hm. So. Okay, das Ding ist offen. Das ist echt nicht schön. Warum hat das keine Tür? Warum nicht? Wir werden es nie erfahren. Okay. Dann sind wir mit der Folge jetzt hier auch schon am Ende. Erfolgreich umgezogen. Da hinten alles weggerissen. Haben uns eine Versorgungsstation gebaut. Und... Ja. Müssen wir mal gucken. Bauen wir denn als nächstes? Bauen wir uns einen... Hm. Wo war er denn? Mitte des Gebäudes? Ich meine, da war doch ein Technologie-Shop. Oder... War nicht da wieder... Technologische Schuppen? Hm. Wo ist es bei... Wo ist es bei... Zweistöckiges... Technologie-Shop? Brauchen wir nur noch viermal Glas. Das bauen wir uns dann in der nächsten Folge. Also, danke fürs Zusehen. Vergiss nicht. Bewerten, kommentieren. Und so weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.